Ja, wir sitzen da vorne. Lasst du die Jungs mal bitte durch. Bild, Weg frei für Alain aus Kuba und Christian aus Peru. Mit einem richtig gestrittenen Männer-Diveau hier heute Abend für uns. Eine cooleste Zeit zur Show. Wir kriegen es immer noch nicht hin mit dem Niveau, aber irgendwann bestimmt. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und bitte neuen Applaus für die beiden Jungs. Alles Gute. Cumpleaños. Was ist durmido? Was ist durmido? Was ist durmido? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020